Gliederfüße ist ja für Spinnen und Spawner. Du weißt wohl doch nicht, was Spawn bringt. Ja, für die Zombies und Schluchtgelette. Spawner. Ne. Doch. Wo bist du? Ne, Doppelchest. Was ist da drin? Ein Zombies Spawner ist das wieder. Ja, was ist da drin, frage ich, und du sagst ein Zombie. Eine Schallplatte. So, da sind wir wieder. Wir wollten auf Höhlentour gehen. In diese Richtung, hatten wir gesagt. Wenn du schwimmen willst, ein bisschen. Naja, okay. Wir könnten uns auch Boote craften, aber... Unnötig. Ja. Dann gehen wir einfach jetzt hier in eine andere Richtung. Ach ja, ich hab mich auch, als ich nicht aufgenommen habe, ein bisschen ausgerüstet hier. Ach, geradeaus bei der Brücke weiter, würde ich sagen, oder? Hm. Also nicht... An wir letztes Mal auch, aber okay. Nein, wir sind zu den Extreme Hills gegangen. Das geht ja gerade darüber. Ne, ich hab mir doch den einen Höhleneingang markiert, den du einmal meintest. Beim Mischwald. Hm? Den hab ich doch gefunden, einmal. Als ich zurückkam von ein Tour. Ach so. Den hatte ich mir dann markiert. Okay. Dann ist es ja gut. Verdammt, ich hab meine Hähnchen vergessen. Ist ja wascht. Ich hab 26 Brote. 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 Und ich weiß auch, warum du hast nicht wiedergefunden, auch weil das beim anderen Mischwald war. Bei dem, der jetzt kommt. Was? Der Höhleneingang. Ne, ne, den hab ich letztes Mal doch wiedergefunden. Ne. Okay, hast du nicht. Da sind wir ja rausgekommen dann. Nein. Doch, glaub mir. Wir haben uns hochgegraben. Aber okay. Tu, hast dich hoch... Nee. Schon bei der vorvorletzten. Ja, dann sag mal, wo er jetzt ist. Nee, das war ja beim anderen. Nein, das ist der, den du meintest. Guck. Hm, hm. Was ist denn nicht? Aber ist ja egal. Ist doch geil, denn. Ja. So, ich hoffe, ich hab genug Fackeln. Ja, hab ich. Doch nicht geil. Ist Ende im Gelände? Ja. Hammer. Im Jungle ist meistens auch Extreme Hills gleichzeitig. Hier kann man an Höhlen, komm. Ist schon wieder Ende im Gelände? Nee. Na gut. Das hoffe ich doch. Ah, hier ist direkt Eisen. Können wir direkt Spitzhacken machen? Ja. Ach, da bist du. Die sieht einfach zu geil aus hier. Ah, Höhlenangängen. Mit Shader. Das ist wie den Shader dran. Ich hab immer nicht Shader dran. Außer letztes Mal. Ja, letztes Mal. Das hat ja geleckt bei dir, ne? Ja, direkt jetzt auch manchmal noch ein bisschen, aber nicht mehr so extrem. Hast du den auf der 1.5? Auf welcher sonst? Na, stimmt. Aber wie? Den gibt's ja noch nicht beim Version Changer, oder? Hä? Muss man den beim Version Changer installieren? Nee, aber machst du doch fast immer, oder? Ja. Oh, aber den nicht, weil den gibt's doch nicht. Deswegen hab ich den. Den soll ich Shader, oder? Nee, ich hab den Sonic, anbeliegelte Shader-Mod. Selbst installiert halt per Hand. Der ist doch noch auf der 1.4.7, oder? Nein, der ist auch für die 1.5. jetzt wieder raus. Achso, als ich gestern geschaut habe, war er noch 1.4.7. Hm. Vorgestern ist da nämlich 1.5 rausgekommen, aber... Oder war vorgestern keine Ahnung. Vorgestern ist da nicht irgendwie... Oder vorgestern vielleicht auch schon der für 1.5 rausgekommen. Naja, gut. Ähm... Oh, drei ADA-Quellen nebeneinander. Naja, hab ich wieder ein bisschen... Äh, drei Eisenquellen. Drei ADA-Quellen. Hammer. Voll, dass du da irgendwie ganz locker bleibst und ich sagst oder so. Ja, hab mir auch grad gedacht, hä? Was meint der jetzt mit ADA-Quell? Hier geht's runter. Zombie. Ich hab ja Band 2 auf meinem Schwert. Ich seh deinen Namen. Bam, bam. Band 2 ist ja anstatt, äh... Nämis der Gliederfüße. Nämis der Gliederfüße ist ja für Spinnen und Spawner. Du weißt wohl doch nicht, was Spawn bringt. Ja, für die Zombies und... Hm, Schluchtgelette. Hm, Spawner. Ne. Doch. Wo bist du? Ne, Doppelchest. Was ist da drin? Ein Zombie-Spawner ist das wieder. Ja, was ist da drin, frage ich. Und du sagst ein Zombie. Äh, eine Schallplatte. Welche? Kett. Oh, das ist die geilste. Und sauviel Weizen haben wir auch. Ein Eimer. Ein Telefon. Und... Ein Eimer. Haben wir zwei. Ja, aber jetzt haben wir noch einen gratis. Alter, wann, 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 wann. Das ist mir kackegal. Ich bin hier in der Schlucht. Auf Ebene 19. Das kann vieles bedeuten. Ah! Was los, Mann? Ich baue gerade Eisen ab. Hab Eisen abgebaut. Auf einmal springt von oben ein Zombie vor. Äh, ein Zombie, sag ich. So ein Creeper vor mein Gesicht. Alter. Genauso wie ich das so geschreit habe. In der zweiten Folge, glaube ich, oder so, ne? Wenn das deine Aufnahme wäre. Das müsstest du da nehmen. Das müssten wir jetzt mal... Oh, wenn ich das aufgenommen hätte, das müsstest du genommen haben. Wow, 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 wow. Das müsstest du vor das Intro packen. Ernsthaft, guck mal, ich baue Eisen ab. Ohne Bedenken, das so oder so. Auf einmal Creeper vor meiner Face. Von meiner Face. Von meiner Face. Das ist sehr gut, das Deutsch. Na, äh, ne, das sehr gut ist Deutsch sehen. Ach, ja. Traffi war schon, dass du grad gefällt hast, ne? Du so, das ist sehr gutes Deutsch. Das war's, du hast grad ein sehr gutes Deutsch geredet. Diamanten! Ja, subi. Aber über Lava, das heißt... Oh, da darfst du zubauen. Oh, mein Auge tränt, weil ich mich grad gejuckt hab und da ist irgendwas im Auge. Du hast dich gejuckt? Ja, und jetzt hab ich irgendwas reinbekommen. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Sieht nach ein Dior aus. Hm, schade. Aber dann haben wir schon wieder acht. Ja, ein Dior. Oder ich guck mal hier noch in der Umgebung so... Glücksspitz hat der Mann! Oh, fuck! So hab ich jetzt total vergessen, ne? Hast du den schon auch abgebaut, jetzt? Ja. Fuck. Shit, ne? Dann hätten wir vielleicht bei drei rausbekommen, oder so, ne? Hm. So. Egal, ich bin hier auf Ebene zwölf. Ich bin noch auf Ebene 49. Alter. Aber liegt daran, dass ich so viel Kohle finde. So viel haben wir dann auch wieder nicht zu Hause, hab ich vorhin mal gesehen. Tag, ich hab keine Kohle und kein... Aha. Dann muss ich... Dann muss ich sogar zu dir, ne? Das Kohle. Ach, na gut. Dann muss ich doch nicht zu dir. Sieh ich deinen Namen? Hey, ich seh deinen Namen da unten, ganz klein. Mini, 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 wenn sich... Mini, 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 wenn sich... Immer noch? Tuckst du dich grad? Nein. Dann seh ich ihn grad, glaub ich nicht. Doch! Jetzt seh ich ihn wieder. Ich bin nur grad wieder ein bisschen... Ich hab ich grad bisschen weiter runtergebaut. Ja. Weil da... Kohle halt war. Uh, jetzt geht's da auch wieder runter bei mir. Ich erforsche das, was du nicht erforscht. Uh, jetzt seh ich deinen Namen schon wieder stärker. Ah, jetzt bin ich einen Rundgang beim Zombiespawner gegangen. Super. Oh, ich hasse es mit den Lichtbugs hier. Naja. Mein erster Lichtbugs heute. Aber die meisten wurden behoben. Noch hier... In der Mine noch nicht, ne? Da kann man nicht... Zweiter Spawner. Direkt nebeneinander. Alter, Raffi, was ist mit dir los? Denkst du mir auch grad so? Wow, Skelettsporner. Fuck. Nicht abbauen den! Nee, nee. Zwei Kissen. Weizen. Nochmal Eimer. Nochmal Eisen. Sprengpulver. Redstone. Kakao. Kakao? Verzauberte Bücher. Dornen 2. Atmung 3. Den Dornen machen wir erst später auf dem Bier. Jaja. Oh, ist aber Hammer. Hammer Zeugs hier. Nächstenmal. Zwischen trümpel ich hier mal. Ich mach einmal das. Ich mach zwei Kohleerze mit einer Glücksspitzhacke. Ja, du hast es ja nötig, ne? Hat mir sechs Kohle gebracht. Alt, hier ist auch so viel Moster und den hab ich beim anderen auch vergessen. Egal, das können wir später noch mal nachholen. So, wenn ich da gerade dann. Ich bin eigentlich nur Eisen, Gold und so weiter mit, also was, äh, wertvoll ist. Alt, die sind wirklich nebeneinander, die Aufnahmen, musste die angucken. Ich guck mir jede Aufnahme an, immer noch. Das weiß ich ja, aber. Ich sag's nur, lol. Nur weil da ein kleiner Minifleck nicht ausgeleuchtet ist, spawnt er schon wieder. So ein Kack-Skelett. Alter, ein, ein, ein Block und ich wäre in die Lava gesprungen. Alter. Geflogen, weil ich hab mich abgebaut auf einmal. Dann hättest du auch cheaten dürfen, dieses Mal, ne? Mhm. Weil einmal hast du ja noch gut. Dann sonst, wenn nicht, dann hätte ich keine Glücksspitz, hätten wir keine Glücksspitzhacke mehr. Oha. Und ich hätte keine 30 Level mehr. Naja, die erfahrt man sich schnell wieder. Ja. Aber ne Glücksspitzhacke ist eher so... Scheiße. Ja. Würde ich auch sagen, Glück ist wirklich... Da braucht man Glück, dass man das raufbekommt. Ist echt so. Man braucht Glück für Glück. Ja. What the fuck, alter, das Gelächter. Ich stehe deinen Namen, ich stehe deinen Namen. Ja? Leute, ich will mich zu dir nach oben bauen, auf einmal baue ich da alles ab. Ich baue mich hoch jetzt. Na ja. Ich sehe deinen Namen zwar nicht. Fast unter dir. Ah, da! Sehe dich. Braut dich man gegen. Ne, warte mal kurz. Ich gehe noch kurz zum anderen Mopspawner. Soll ich die Kisten mitnehmen? Nina. Das ist Platzverschwendung im Moment. Jetzt ziehe ich deinen Namen nicht mehr. Doch da. Bin ein bisschen weitergerannt zum anderen Spawner. Ich habe es gesehen. Auf welcher Ebene bist du? Ähm, 49. Ich bin jetzt schon... 38. Das Eisen wieder. Too much moss stone. Du kennst den Mod too much items. Das heißt, too many items. Nein, too much gibt es auch. Echt? Dann kenne ich den nicht, ne? 46. Wo bist du? Ach, da drüben bist du. Warte mal, ich komme dir entgegen. Wo bist du denn? Ach, du bist da einen Stockwerk weiter unten, ne? Du hast gesagt, du bist auch mal eine 40. Wo ist denn hier das Bauno? Hallo. Alter! Da, schau. Da ist das Spawner. Hier ist das Skelett-Spawner. Ja. Den habe ich so gesehen, schau. Ich bin hier runter, schau. Komm mal kurz. Hier ist doch Schwarzbrümer und so. Das brauche ich nicht. Das habe ich reingelegt. Schau mal kurz, Niklas, schau. Soll ich den Spawner abkommen, den Skelett, ne? Ne. Schau. Ich komme hier so runter und sehe Cobblestone. Oder der andere Spawner zum Beispiel. Fuck. Ich bin nicht denn dahergekommen von oben. Warte. Hier. Von da oben irgendwo. Äh, ja, da ist der andere. Ne, das ist der Skelett-Ton. Da, komm. Ne, hierauf musst du wieder. Ich bin schon auf dem Weg, Mann. Da ist Eisen. Da komme ich von hier runter und sehe da wieder Cobblestone. Ich habe schon 64. Hä, wo ist denn der andere? Da. Achso. Ne Doppel-Chest. Ja, habe ich gesagt. Warte mal. Warte mal.